In Niedersachsen hat der schüchterne Ostfriese Gerhardt die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben. Ich habe nur ein einfaches Leben zu bieten, aber dafür habe ich ein großes Herz. Ich wünsche mir, dass ich so schnell wie möglich eine kennenlernen würde. Sein ganzes Leben hat der 48-Jährige auf diesem Hof verbracht. Mit seinem 18-jährigen Sohn Johann führt er hier eine richtige Männerwirtschaft. Und da Damenbesuch ins Haus steht, ist natürlich Großputz angesagt. Hier, wie läuft das eigentlich mit den Frauen heute? Ich habe dann eine Grillfete vorbereitet und dann müssen wir nachher gucken, denn kommen die hier bestimmt mit her. Bring bloß eine mit nach Hause. Kann sein, dass ich meine große Liebe kennenlernen. Das wäre schön für mein Herz. Da würde ich mich überfreuen. Der große Moment rückt näher. Das ostfriesische Original macht sich frisch für seine Damen. Sohn Johann kuppelt derweil den Anhänger an, gefüllt mit allem, was eine zünftige Grillparty so braucht. Die soll schließlich ein großer Erfolg werden. Von meinem Vater wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem Treffen, weil er nämlich schüchtern ist. Aber ich wünsche mir, dass er dann die große Liebe findet. Auf Schusters Rappen macht sich der sportliche Naturfreund auf den Weg. Voller Elan und Vorfreude tritt er in die Pedale, seinem großen Moment entgegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017